Ich hatte gehofft, dass ich jetzt hier auf einer höheren Ebene bin, dass ich diese eine Trophäe da kriegen könnte. Mal gucken, wo die überhaupt ist. Ich habe ansatzweise in der Nähe. Boah, ich habe ansatzweise mich in der Nähe. Hier ist ja sonst offenbar nichts mehr, oder? Ne, hier schimmert auch nichts orange. Hier schimmert nichts orange. Ne. Wo komme ich denn jetzt überhaupt aus? Wo komme ich denn jetzt überhaupt aus? Ach, hier bin ich jetzt. So. Jetzt wird die auch dazu. Nee. Wozu zählt diese Trophäe? Okay, da haben wir wieder was freigeschaltet. Ich hoffe, wir können die Tarnhand langer. Gut. So. Tiger Hubschrauber. Hier war nichts weiter, ne? Nein. Okay. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt mal raus. Okay. Einmal rauf. So, und hier durch. Und dann sind wir in der Bowery wieder. Schauen wir mal nach. Was haben wir denn in der Bowery noch so zu tun? Ich weiß nicht, er hat jetzt gespeichert. Ich muss, wenn nicht, gehe ich eben kurz ins Museum rein. Da haben wir noch, äh... Die Tiger-Kamera-Verbindungsknoten zu hacken. Die sind meistens sehr weit oben angebracht. Nicht meistens in der... Die sind in der Regel... Nee, eigentlich immer... Die sind immer auf höher gelegenen Positionen eigentlich angebracht. Da hätten wir noch einen Riddler-Handlange. Ja, hier ist einer. So. Überwachung. Nee, jetzt zu lang. Chronisch. Chronik. Ha, schade. So. So, damit kriegen wir jetzt noch einen Erfolg. Äh, wo haben wir es denn? Kampf. Wunderbar. Voll geladen. Wir haben alles für Batman freigeschaltet. Auf Stufe 33. So, das hat er jetzt auch gespeichert. Dann schauen wir mal eben nach. Zack. Da fehlt uns aber noch eine Trophäe. Gut. Aber das soll es an der Stelle gewesen sein. Wir haben jetzt 321 von 440 fertig. Dann verlassen wir jetzt das Spiel. Und schauen wir uns an, wie viel Prozent wir jetzt haben. 66. Neu. Achso, das habe ich doch schon, oder? Ja. Aber wir haben ja hier ein bisschen was neu. Charaktertrophäen. Dann fangen wir mal hier mit an. Azrael. Das war der Unbekannte, den wir noch hatten. Das war der unbekannte Beobachter. Ich meine, Azrael war auch derjenige, der Batman vertreten hat, nachdem Bane ihm das Rückgrat gebrochen hat. So, dann haben wir jetzt hier Robin. So, dann haben wir als nächstes... Wollen wir denn das nächste neu blinken? Jack Ryder. Der Reporter. So, dann haben wir in dieser Reihe ein verhältnismodifizierter Insasse. Ach, das sind die Typen. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Die kenne ich nur aus Arkham Asylum. Dann sollte Stranger auch schon seine Finger im Spiel, offenbar. Dann haben wir die Assassine. Die man so schön verprügeln kann. Die aber oft ausweichen. So, dann haben wir Jokers Titanhandlanger. Dann haben wir noch... Komm, mach. Joker Pinguin Handlanger. Äh, sind vom Joker... Vom Pinguin zum Joker übergelaufen. So, dann haben wir nur noch hier Joker Ausgestoßene. Okay. Blackgate. Gut. Das wäre das. Dann gucken wir uns die neuen Entwürfe noch an. Der Riddler. Dann haben wir als nächstes... Der mechanische... Der mechanische Wärter. Dann haben wir den Tiger-Hubschrauber. Dann haben wir Arkham City Haupteingang. Main Entrance. ACE... ACE Chemikalienverwaltungsgebäude. So, dann haben wir hier noch... Protokoll 10 wird aktiv. Hier haben wir Prüfung in der Wüste. Dann haben wir hier Wanda City. Ja, sieht schön aus. Okay. Das wäre das. Ja, ne. Das wäre es dann für heute. Dann haben wir jetzt 66%. Mal schauen, wie es sich jetzt zusammensetzt. Ja, jetzt fehlt noch... Das meiste fehlt noch bei... Gewaltaktoren. Gewaltaktoren haben wir auch schon. 70% fertig. Ist noch bei den Enigma-Sachen. 306. Okay, wir haben jetzt noch unter 100 zu lösen von... Ach, ne. Verbesserung und Sammlerstücke. Okay. Wayne Tech-Verbesserung haben wir fertig. Bad Computer-Daten haben wir noch nicht fertig. Charakter-Trophäen haben wir auch noch nicht fertig. Entwürfe auch noch nicht. Denken wir, das wird sich alles jetzt mit den... Riddler-Trophäen freischalten. Äh, Catwoman haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Und dann natürlich die ganzen Riddlers-Drache-Karten. Plus, Story, plus noch. Plus, Story, plus noch. Gut. Aber das soll es dann jetzt gewesen sein an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage dann nur noch... Bis neulich.